Erdbeeren sollte man am besten immer frisch essen. Wenn ihr die Beeren ein paar Tage aufbewahren wollt, dann im Gemüsefach des Kühlschranks und zwar lose in einem Sieb, sodass sie von allen Seiten Luft bekommen und sich keine Kondensfeuchtigkeit bilden kann. Und gewaschen werden sie am liebsten in einem kalten Wasserbad, nicht mit einem harten Wasserstrahl. Ihr könnt sie natürlich auch super einfrieren, und zwar als Eiswürfel für einen leckeren Sommerdrink. Dafür unbedingt abgekochtes Wasser nehmen, damit die Eiswürfel durchsichtig sind. Mmmh.